Die Junkies. Das muss, das muss. Wahrscheinlich wieder da vorne in dieser kleinen Hütte. Ja. Vögel, Emulator, Fliegenschlampe, alles da. Ich bin im Hundezwinger. Mist. Du kannst hier vorne über diese Schräge raus. Ah ja. Die Hühnerleiter. Ich knall die Fliegenschlampe ab. Okay. Ja, Mann. Total. Exfilm. Ach, ist das bei dir? Ja. Ja. Ich hab grad so gedacht. Das kann man vorhin letztlich auch probieren. Oh mein Gott. Ja. Ja, ich komm gleich. Bis dann. So, jetzt können wir essen. Ja. Aber jetzt muss ich erstmal den Rand fertig machen. Jumpe. Ja. Oh je. Oh schön. Ja. Ja. Oh ich bin gleich essen und kann's mit Micha war hier. Könnt ihr mal ne Runde drehen. Mann. Hat mich angefangen, der dumme Hund. schön. Da ist er hinüber. Ja. Keine Fallen. Ich hab ein paar Stolperfallen dabei. Ich platziere auch mal welche hier drinnen. Mhm. Weil hier sind ein paar Fässer. Ja. Da muss ich aufpassen. Ja, hier. So ein gelbes, ja. Mhm. Oh. Oh. Und schon relativ nah. Mhm. Hier hinten. Oh. Andere Seite auch noch. Jetzt wollen sie es aber wissen. Hat ein Hit? Oh die haben. Ach die sind unter uns. Hier hinten schlägt einer was tot. Ja. Die sind schon drin. Oder? Sind die unter uns? Ich glaub unter uns. Ja. Ja. Am Hundezwingler? Also das war ich mit der Hivebomb wahrscheinlich. Ach so. Ah hier vorne bei mir wurde einer gekillt. Mhm. Machst du das? Ne. Was? Ich war hier auch nicht. Hat geschossen. Ne. Hier ist irgendwo einer. Mann diese blöden Ketten. Ja. Ah. Ich bin nicht da. Ja. Ich bin nicht da. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Hey, hier ist voll der geile Ball, wo man durchgucken kann. Hinter dem Baum habe ich einen gehittet. Okay. Hab ich ihn umgenietet? Ja, nice. Auf einmal kehrt Ruhe ein. Ja, die anderen sind wohl, glaube ich, noch zu weit weg. Ich zünde mal an, der da hinten lag. Ich steppe noch einer. Wo? Meine hier auf der rechten Seite, da habe ich irgendwas gehört. Okay. 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 So, jetzt liegt'sombreck. hier in der hütte ja dahinter sind auch so boote draußen daneben da liegt die davor brauchen wir munition willst du raus ich habe gerade mal da rausgeguckt das kannst du oben aus dem fenster dahin klicken ja ich muss aufpassen nur bei dem einfach hier bei den anderen kannst du normal ein kubel schon drei leute von jeder trainer ach so unser süppchen ist ja fertig gekürchelt ja wie wir haben jetzt erschossen drei ja und ein paar haben die da draußen auch sich selbst weggeknipst soll ich mal aufheben gucken ja hier hinten läuft noch einer rum okay ich gehe mal hier vorne raus ja da gerade einer ein fass angegriffen ja ich glaube der ist aber noch weiter weg so weit kann man nicht weg sein weil das fass stand bei uns drin oder hier sehe ich gerade kein ja ach so bist du ich glaube ich habe einen gesehen da ganz hinten am tor ja da steht einer kadaver typ ah der aimt grad zu mir also dahinten ich gucke noch mal ja da sind zwei dahinten hier hinten ist auch noch einer okay hab ihn den dahinten aber das noch einer soll ich mit rauskommen sein partner ist direkt neben ihm und da ist auch noch einer hier da das sind zwei sorry das war ich echt ja ich war nämlich gerade auf seinem kopf drauf was du da auf einmal weg du hast mir ordentlich reingedrückt dass die da alle alle zu zweit da stehen oh da sind noch einer und hier hinter dem baum der kadaver typ hat mich getroffen aber was sagt man dazu das steppt einer ziemlich nah der der ding ist der prolet ist da der schrotflinderter verzack oh pass auf staffel da hat bombe du hast ihn gekillt sauber pass auf hier mit dem fass ja sein partner ist direkt auch da hat ein hit ist hier hinter beim hundezwinger das war der kadaver typ ja wenn man jetzt muss ich mal gucken hinter dir ist noch einer dicht hinter dir okay da irgendwo ich sehe da gerade nichts hier am wasser unter uns hier am wasser stofft was ich bin sehr gut ist da noch einer ja da hinten ist immer noch der typ nicht mal so weit weg okay ich bin ja das scheiß voll gesprungen ey sehr nice wir räumen hier richtig auf ist er einfach schon leer oder wie ich glaube ich habe ihn gerade gesehen hast du mal hast du deine sicht nimm mal deine sichtlicher ja ich muss jetzt erstmal wieder hochkommen ich habe keine mehr hat gerade auf mich geschossen ey kannst du mal hier hinten die tür aufmachen da war er gerade warte ah egal warte dann renne ich andersrum warte ich jetzt oh scheiße ich habe deine falle ausgelöst ah fuck hier komme ich nicht rein warte renn zurück ich mach auf jetzt entschärfe ich mal die falle hier nehm ich mal auf ja also da hinten ein typ sitzt er noch ja ja ich glaube er hat ne wind fehlt das ist irgendwo da oder ja in dem in dem in dem druck da links hinter dieser ruine jetzt rennt er nach rechts irgendwo da noch weiter da der rennt immer weiter weg kommen wir pushen hallo oh hier im wasser da red noch einer sein partner sein partner ist da mit dem grünen hemd in das water typ echt wo ist er ja oh fuck da hinten fuck ich habe daneben geschossen hat einen hit der kommt jetzt zu dir auf die seite ich sehe ihn nicht der ist doch direkt hinter der ruine hat sicher heilt ich sehe ihn was was ich hab ihn sauber guck mal ob wir alle weg sind ja jetzt sind wir alleine ok alter was eine hunde klar schiff gemacht hier ey wie geil nur ein boss auf der map und wir sind die ersten beim boss machen den boss fertig und alle anderen hier hier liegt einer aber ich glaube den habe ich doch hier am wasser erschossen das war ein anderer idee hm wo ist denn der typ wie weit ist denn der weggeflogen die flore ah hier hier ja sehr gut jetzt müssen wir die anderen erstmal einsammeln ja hier liegt noch einer und da unten drin liegt noch einer ah sehr schön dann muss einer bei dem baum dahinten noch rumliegen ok einer bei dem boot ja hausentüfen hier scheint ja gerade echt eine gute laune zu sein oh ja hier ist ein gezett leute dafür danke danke ja es war jetzt eine nice runde oh ja liegt er da noch wenn ich jetzt noch nichts gesehen müsste hier liegen aber vielleicht hat ihn jemand wieder aufgehoben ja dann wurde er wieder aufgehoben und da beim boot liegt er noch ja ey den 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 habe ich zweimal gekillt einmal als der da hinten saß oh cool ja und der fetter muss ja auch noch irgendwo rumliegen den fetten habe ich aber der ist schon verbrannt schade ach schade aber sein partner der liegt daneben aber hier ja ja der hat in der crown und king und uppercut egal das kann man nicht plündern ja stimmt das war es eigentlich ja 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 raus ja 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 aber da war glaube ich zwei revive kiste bei gewesen ja ne sieben genau sieben sieben ist doch richtig gut zweitausend 1139 da ist aber auch einer revive worden der wollte es unbedingt wissen ja der hat sich gegönnt großes dynamit wenn du habe ich freigesprungen cleaning mit mil nt ja mit mil in Untertitelung des ZDF für funk, 2017